Hallo und herzlich willkommen bei Sportlehner im Prägarten. Seit dem Umbau 2020 hat sich bei uns einiges verändert. Was sich genau verändert hat und was sich bei uns erwartet, möchten wir euch gerne zeigen. Die Verkaufsfläche und auch unser Lager hat sich um einiges vergrößert. Nun können wir euch bei E-Bikes und bei unmotorisierten Rädern ein beachtliches Sortiment vorstellen. Hier können wir euch beinahe jeden Wunsch erfüllen. Auch im Punkt zu Zubehör haben wir eine riesige Auswahl für euch. Wartezeiten bei Serviceterminen könnt ihr gemütlich bei uns in unserem Café verbringen. Unsere Testradflotte haben wir erweitert, um euch so einen besseren Einblick in die verschiedenen Modelle zu verschaffen. Um dein Rad dem bestmöglichen Service zu bieten, kommst du mit deinem Rad bei uns zuerst in die Reparaturannahme. Dort werden wir mit euch gemeinsam die Verschleißteile durchgehen und besprechen, welche Probleme behandelt gehören. Damit alles zügig geht, sind mittlerweile fünf Mechaniker für euch im Dauereinsatz. Im Webshop könnt ihr schon einmal vorab Informationen über die gewünschten Produkte einholen und wenn ihr wollt, natürlich auch gleich bestellen. Über die von uns gemachten Produktvideos werden viele unserer Produkte noch genauer vorgestellt. So bekommt ihr bereits online ein besseres Gefühl für die Bikes. Alle unsere Lagerstände sind nun ersichtlich. Somit wisst ihr genau, was ihr bei uns bekommt. Eure Bestellungen sind die meiste Zeit bereits einen Tag später auf dem Weg zu euch. Auch Gutscheine könnt ihr online kaufen. Das perfekte Last-Minute-Geschenk. Entweder zum Ausdrucken für zu Hause oder gleich als E-Mail zu versenden. Im Blog findet ihr immer aktuelle Berichte über die verschiedensten Dinge. Wir freuen uns schon auf euch. Bis bald! Bis bald! against Bis zum nächsten Mal.